soja schon aber die survivor können mit perks und items wenn die zusammen spielen einfach dafür sagen dass man nichts machen können das aber jetzt oft hintereinander wahrscheinlich bist du so hoch gerankt worden jetzt dass sie zusammenarbeiten wie so richtige asis und du kannst einfach dann kein spaß als big boss macht mehr haben das natürlich macht auch kein spaßig wieder okay ist das drehen ist ja irgendwie ja ja ich muss den kippel drehen ich bin drüben okay und jetzt jetzt mache ich das hier was auch mal das ist jetzt dreht sich das automatisch ich schaffe ja wir sind auf den gleichen dingen gehauen ich glaube man braucht nicht alle ja genau zwei jetzt auch so was ist hier nein ich gehe zuerst okay da und los das sieht so knapp aus was aber nicht danke aber diese total lache okay 321 321 ich bin auch so ein weitergegriff ich habe im augenblick etwas mit aufgehört was ist 10 10 10 hallo und willkommen spielte nachher drauf nein wir spielen nachher kein trock wir spielen schon ewig kein trock mehr heute müssen wir beziehungsprobleme lösen so warte 321 und 321 schon wieder zu schnell wir sind in einem computer oder so drin keine ahnung was kann sehen macht eigentlich nur wir wollen doch immer noch den staubsauger besiegen oder nicht auf jeden fall oh nein ok ok los ich habe versucht jetzt wird gedreht so was ist das hier aber vielleicht gibt es ja dafür nachfolge wenn man alle lassen ich will noch mehr da ist drin und hinter drin ich bin tot ja habe ich was was so wind wo müssen wir denn hin ach geradeaus ich gehe mal rein hui ok ich habe ich habe nicht geschafft auszuspringen hui und dann muss ich darüber anscheinend ok 321 los ok passt dann irgendwie muss jetzt wahrscheinlich das ding hier anschauen mit der plattform bist du drauf noch eine runde wäre tschuldigung tödlich noch eine runde geht gar nicht ok was ist das ich weiß nicht oh ich weiß was du gehst dann da oben rein weißt du es ja ich halte es ich halte die schlange rum ja wie gerade du das machen kannst ich habe es aber nur mit ganz viel power ok strom kommt jetzt ist andersrum dass ich ein ok dann mal gucken wo ich hin komme noch mal ein pump noch mehr vor weiter nach rechts halten wozu ist das oh du kannst jetzt knöpfe schießen keine ahnung aber macht das ist schwer warte kerry hat mit dem jetzt habt ihr 3 ist sie da und hat 13 monate es ist der 30 monat aber ich weiß nicht wie man den jetzt da rein folge kann ich aufheben muss ich da rein da muss ich ja nicht was mich extra getötet mit ja ja da kommt einer kommt einer da kommt einer ich versuche alter das genug schlösser ach quatsch ich habe noch ein paar ich habe keine ahnung ich habe glaube ich den den nächsten weg im kino zerstört hier ok und jetzt nicht mehr und schieben und schieben und schieben und schieben und schieben und wir sind da hey die macht das automatisch ja jetzt kommt der sauge ich hab's mir gedacht ja ich bin wissenschaftlich ja ich bin wissenschaftlich ja ich bin wissenschaftlich ich bin wissenschaftlich ich bin wissenschaftlich ich weiß nicht dr team ist irgendwie nicht doch nicht ganz auf unsere seite okay absolut nicht das ist das doch in der schlägt da gibt es sogar eine lebensverzeige haben wir bisher nicht gebraucht ich kann die schlange reiten also wir den oberen ich habe gezielt ich weiß nicht sieht aus wie meteoriten hat der meda mit dem kopf das eine dinge umgedeckt ich bin wieder ich hoffe übrigens dass das spiel nicht so laut ist das ist für mich in der ordnung mega laut ich hoffe man hört uns überhaupt wenn wir das spiel nicht leiser gemacht also falls das spiel zu laut sein sollte sagen bescheid ja ich habe ein ich weiß es nicht ich finde dass das hier fängt an brutal zu werden ich weiß nicht es ist einfach viel zu brutal ab 18 also jeder der jetzt unter 18 bis kurz einmal weg gucken das war zu guter jetzt könnte bedenken alles oben weg ist auch so weit jetzt kurz die aussage auch kürziger weil die wab 18 wie brutal ist aber okay ist okay dann ist gut wenn es okay ist keiner redet ich bin ich habe heißen die version ja ich habe eine heiße version genau durchschnittliche wird eine blau warme also eine warme so das klingt 6 ja lauf haben klingt komisch 36 grad ich bin ich habe das ende des brettes nicht gesehen das ist denn hier wie kommen wir da dran warum das brett ist da nicht zu ende aber die kollision er ist mega warm okay er ist mega warm na das könnte es jetzt mal langsam mein t man meinen eigentlich heißen tee auch ersetzt der ist auch nur noch mega war da ist sie wieder unsere tochter also wir sind ja klein wir machen bei der wahrscheinlich nur mimimi mit mir Du meinst Mays-Toolbox? Ja, ja, die heartless woman, kennst du sie? Ja, ja, doch, doch. Die heartless woman hat einen neuen Job in der Stadt, und hat nicht mehr Zeit für unsere Hobbys. Wer geht um Hobbys? Kennst du, wie schmerzhaft es ist, zu sterben? Es ist wie... ...ein Leben zu sterben, langsam, langsam. Schau, Hammer, da ist ein Rostremover-Spray in diesem Toolkabinett. Der schläft, oder nicht? Der macht so... Ja... Okay, cool. Okay, cool. Ich habe einen Hammer! Das ist der Hammer. Ich habe einen Nagel, und... Hey, ich kann, glaube ich, drei Stück tragen? Du hast einen Munitionskennest. Okay, warte. Oh ja, ich kann... Okay, wir können... Ich... 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 jetzt können wir darüber okay ich kann du kannst mich jetzt überleiten ist das laut mit dem hand jetzt kommt sie irgendwie handeln also da vielleicht hoch und dann ja da kommst du dran